100 Jahre Arbeiterkammer Steiermark, 100 Jahre Gerechtigkeit. Im Rahmen einer Tour in den steirischen Regionen haben Werner Anzenberger, Leiter des Bereichs Recht und Sozialpolitik in der AK Steiermark und Anja Grabuschnig, Leiterin des AK Archivs, ihr Buch präsentiert. Tourstopp an diesem Abend, die AK Außenstelle in Feldbach. Das Buch 100 Jahre Gerechtigkeit beschreibt eine unglaubliche Erfolgsgeschichte über diesen Zeitraum. Eine Erfolgsgeschichte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einerseits, aber nicht nur für die Arbeitnehmerinnen, sondern es ist in Wahrheit auch eine Erfolgsgeschichte für die Unternehmerinnen und Unternehmer und es ist letzten Endes eine Erfolgsgeschichte für die gesamte Gesellschaft in der Steiermark. Seit 100 Jahren kämpft die Arbeiterkammer für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit in der Arbeitswelt, auch in den steirischen Regionen. Auf diesen Erfolgen wird sich aber nicht ausgeruht. Gerade die Erfolge bzw. die Entwicklung der letzten 100 Jahre zeigt so eindrucksvoll, dass es auch für die nächsten 100 Jahre ganz, ganz wichtig ist, dass es diese Einrichtung, die Arbeiterkammer, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, aber auch für die gesamte Gemeinschaft, für ein friedvolles, gutes Miteinander. Übrigens, die Tour ist noch nicht zu Ende. Wo und wann die Buchpräsentation noch stattfinden wird, erfahren Sie auf unserer Website www.akstmk.at.buch 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 Untertitelung des ZDF, 2020